Sein Name ist Gator. Godzilla-Gator, Gator-Saurus, Ali der Große. Das Riesenreptil spazierte am Mittwoch seelenruhig über einen Golfplatz in Naples, Florida. Während der Großteil der Einheimischen das Nieselwetter nach Hurricane Iter lieber zu Hause aussaß, nutzte der Schuppenschreck den windigen Nachmittag zur Inspektion des Wassergrabens. Das Riesenbiest wird auf weit über 5 Meter geschätzt. Die Community dreht durch. Das Ding ist riesig. Das ist ein Krokosaurus, ein Dinosaurier. Seine Beine sind länger als meine. Fest steht, das Tier ist wirklich gigantisch. Der größte jemals in Florida dokumentierte Alligator brachte es auf eine Länge von 5,31 Meter. Filmer Tyler Stolting ist sicher, der Golfplatz-Gator war mindestens genauso lang.